Hallo ihr lieben Mäuse, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich habe schon wieder ein Tauschpaket, nein kein Tauschpaket, ein Wanderpaket. Weil Tauschpaket ist ja immer nur mit einer Person und Wanderpakete sind wir immer ganz viele. So wie auch bei diesem. Dieses Wanderpaket gehört der liebe Nicole von dem Kanal Pandoras Schminkbox, den ich selbstverständlich hier in der Infobox verlegt habe. Und dabei sind noch ganz viele liebe, tolle andere Mädels. Die Nadine ist dabei, dann ist die Annika dabei, die Claudia von Claudia mein Leben und mehr ist dabei. Die liebe Gine ist dabei. Jetzt vergesse ich wieder bestimmt irgendjemanden. Noch jemand? Jetzt im Moment fällt mir nicht ein, aber ich habe alle verlinkt und ich hoffe, ja, ich glaube, das war jetzt die zweite Runde von diesem wundervollen Paket. Es wird immer größer und immer mehr. Ja, aber wir schauen jetzt mal gemeinsam rein, vor allen Dingen, was ich da schönes finden werde. Und was zu mir zurückgekommen ist, weil ich hoffe, ich habe markiert, dass ich meine Sachen wiedererkenne. Sonst habe ich ein Problem. So, das war meine Brille. Das war meine Brille, aber sie hat überlebt. Genau. Fangen wir mal mit der ersten Box an, die aber sehr leer ist. Oh, das ist eine Goodie-Box, glaube ich. Liebe, ein Geschenk ist für dich. Meine Liebe. Meine Liebe, je nachdem, wann dich dieses Paket erreicht, wünsche ich dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, einen tollen Start, einen wunderbaren Geburtstag und wenn es schlecht läuft, auch schon frohe Ostern. Licht und Liebe, Nive oder Nivo oder Niva, Nicole. Aber wer denn? Ach, wahrscheinlich, sie meint bestimmt meine Lieben. Also Geburtstag? Ich habe keine Ahnung. Da muss mir mal einer helfen, für wen das ist und was das hier ist und was das... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also da sind Tüten drin, ich weiß jetzt nicht, ich verstehe gar nichts mehr. Ist das jetzt hier für mich oder nicht für mich oder... Ich habe keine Ahnung. Ich frage mal die Nicole, für wen das ist und wie auch immer, dann lasse ich es erst mal stehen. Die wird mir Bescheid sagen. Ich... Ja, keine Ahnung. Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, weil hier steht auch kein Name. Ich frage nach. Dann haben wir hier eine My Little Box Tüte. Bed, Back, Beutel. Ein kleines Goodie für jede von euch. Grüßt, Annika. Nichts mehr drin. Kein Goodie mehr drin. Tja. Kein Goodie mehr drin, Annika. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Tüte lasse ich dann mal raus, weil da ist nichts drin. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Entweder hat hier einer was rausgenommen und keine Ahnung. Hilfe. Fängt ja schon gut an. Auf der Box steht benutzt. Dann schauen wir da mal rein. Eieiei, ganz viele tolle Sachen. Da haben wir einmal hier... Ich setze mal meine Brille wieder auf. Also diese Markierung ist nicht von mir. Ich glaube, die ist von Nicole. Haarduft. Mit winterlichem Blumenduft. Das muss ich doch mal schnuppeln. Aber Haarduft brauche ich nicht. Ich sprühe mir Parfüm ins Haar. Ach, wie gesagt, Entschuldigung, wollte ich euch ja zeigen. Brauche ich aber nicht. Dann haben wir hier eine Handcreme. Muss mal aufpassen, nicht, dass ich meine Sachen noch rausnehme. Genau, eine Handcreme mit Magnolie und Shea Butter. Brauche ich aber nicht, weil ich habe selber wirklich genug. Dann haben wir hier eine Sensai Lotion. Aber das habe ich auch ganz viele von diesen kleinen Röpchen und so weiter. Dann haben wir hier ein After Sun von Ambre Solea. Da habe ich auch genug von. Damit komme ich den ganzen nächsten Sommer aus. Dann haben wir hier von The Beauty Depth Glitter Body Mist. Ein Körperspray. Sieht ja sehr, sehr cool aus. Ich sprühe das mal. Ist nicht so ganz mein Duft, also leider nicht. Dann haben wir hier eine Luxury Soap. Brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir hier eine Maske von Balea. Brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir hier von Essent einen Eyeliner. Den brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier ein Highlighter. Ne, ein Eyeshadow. Golden Rose. Brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir hier noch einen lilanen, ne, oder einen schwarz-lila Eyeliner. Der ist so ein bisschen angeschmuddelt. Mal ein bisschen sauber machen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich irgendwas ausgelaufen mal. Weil da ist irgendein Pigment oder so. Ich glaube, das ist ausgelaufen. Weil irgendwie ist da lauter Dinge drin. Aber ist ja nicht schlimm. Kann man ja sauber machen. Alles gut. Dann haben wir hier von Etrebelle einen Lippenstift. Der ist auch, glaube ich, noch zu. Oder? Der geht ja noch nicht mal auf. Ach so, das ist der mit den... Ah, schaut mal. Schöne Farbe. Aber wie gesagt, ich und Lippenstifte. So, dann haben wir von Avon einen... Whitening Eye Color Lidschatten für einen strahlenden Blick. Also so ein weißer Lidschattenstift. Ist ja mal ganz was Neues. Brauche ich aber nicht. Dann habe ich hier von Claudia Schiffer ein Smoky Eye Styler. Sehr interessant. Dann haben wir hier von Catrice die Earth Palette. Oder ist die hier ausgefrutzelt? Ich glaube aber nicht. Nee, alles gut. Ja, so ein bisschen. Man hat ja immer so einen leichten Puder irgendwie. Und dann haben wir hier noch einen Golden Rose Glitter Eyeshadow. Das ist so ein Blau. Brauche ich aber nicht. So, das packen wir dann schon wieder ein. Machen wir wieder zu. Und bitten wir uns der nächsten Box vor. Oh, so viele Boxen. Wow. Puh, eine ganz große, schwere Box. Von Black Friday. Oh, da kommt mir schon wieder ganz viel von denen. Irgendein Lidschatten ist hier kaputt gegangen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Mal gucken, dass ich gleich mal ein Tuch hole. Hier haben wir von Ilse Jakobsen ein Seaweed Face Cream. Sonnenschutzfaktor 15. Brauche ich aber nicht. Dann haben wir hier so ein Waschteil. Also, so ein Pindereiniger. Ich hoffe, ich habe markiert. Sonst weiß ich nämlich nicht mehr, was von mir war. Brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier von einer Peel-off-Glitter-Mask. Brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier eine kleine Palette. Richtig niedlich. Oh, der ist kaputt. Schaut mal, der ist. Das ist, glaube ich, von dem hier alles. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich werde da gleich so ein, ich werde das so lassen. Und werde dann nur so eine Küchenrolle drauflegen, damit das da dran gepresst ist. Und damit das nicht, und dann kann, ich glaube, Nicole ist so begabt und kann das pressen. Weil ich kriege das nicht hin. Dann haben wir hier ein Hydrating Overnight Moisture Balm. Von Beauty Bay. Okay. Auch alles nicht markiert. Einer hat wieder nicht markiert. Brauche ich aber nicht. Dann haben wir hier von Anew eine Goldmask. Aber Crememask und ich sind ja auch nicht so gut befreundet. Und haben wir wieder ein Haar-Pafüm von Balea. Paradiesisches Duft-Erlebnis. Das muss ich auf einmal riechen. Nee, das ist genau dieser Duft, den ich so gar nicht mag. Es gibt ja so karibische Düfte, die riechen so nach Kokos und so. Die sind ganz gut, aber hier, der riecht sehr blumig. Leider nicht so mein Ding. Dann haben wir hier von Olang's Me. Das habe ich aber selber. Das ist auch so ein Faceöl. Dann habe ich hier von Kappa. Das habe ich leider, aber das habe ich nicht leider. Das habe ich auch das Parfüm. Das riecht ganz gut. Dann habe ich hier von Skin Division. Ein Illumating Balm. Brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir hier von Pixi. Ein Glow Mist. Propolis und Arganöl. Okay. Da muss ich mir mal genauer angucken, was das genau ist. Das scheint sehr ölig zu sein. Das lese ich mir mal durch. Packe ich mal auch vielleicht. Dann haben wir hier von Jekka Black ein Primer. Brauche ich aber auch nicht. Dann haben wir hier von Logona. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Das ist auch eine Naturkosmetikmarke. Ein Feuchtigkeitsserum. Brauche ich aber auch nicht. Aber es sind sehr spannende Sachen drin. Also sehr schön. Dann haben wir hier von ein Bodyserum von Laguna. Hört aber. Aha. Das habe ich auch noch nie gesehen. Sehr spannend. Tja, sehr interessant aus. Ein Bodyserum. Aber ich und Bodycreme und sowas. Nee. Ich bin froh, wenn ich mein Gesicht eincreme. Dann haben wir hier noch eine Olivenölcreme. Nachtcreme mit Olivenöl. Aber brauche ich auch nicht. Und dann haben wir hier ein Waschstück von Freio. Aber wie gesagt, feste Seifen sind ja auch nicht so meins. Da haben wir dann diese Box. Packen wir mal schön wieder ein alles. Ach so, jetzt muss ich das hier rauslassen, weil ich das gleich nochmal füllen muss. Also mit diesen Schutzdingen da. So ein bisschen wie Tetris. Der Hammer ist immer, dass ich es halt immer nie so zukriege, wie es war. Also nie. Das ist blöd dazu. So, dann bin ich die nächste Box. Oh, die kommt mir aber bekannt vor. Das war doch die Pinkbox, ne? Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir ja wieder schöne Sachen drin. Ich glaube, das war von mir. Oder? Ich habe das, glaube ich, noch. Ne, ne, ist auch nicht von mir. Ist von mir. Das sag ich an, da habe ich gedingst. Das habe ich selber. Das ist dieses Lemon Superfood. Rescue Butter. Habe ich selber. Dann haben wir hier eine große, intensive Gelbstiftneutralisierung von Pflegemaske. Ja, schade. Meine Tochter hatte ja Strähnchen. Boah. Schaut euch die mal an. Ist die nicht krass? Aber sie hat sich die Haare jetzt wieder komplett dunkel gefärbt. Also kein Gelbstich mehr. Sonst hätten wir die gerne genommen, aber jetzt hat keiner mehr Strähnchen. Sieht sehr cool aus. Aber wir haben noch so ein paar Blondinchen. Die können das doch gebrauchen. Dann haben wir von Zizi ein Imprinting Lipstick. Schade. Ich mag Zizi sehr gerne, aber Lippenstöfe leider nicht. Dann haben wir ein Haarspray Pink Apple Punch. Das nehme ich mal raus für meine Tochter. Weil die braucht ab und zu mal Haarspray. Oder ich auch. Riecht doch bestimmt gut. Ja, davon gibt es dieses Trockenshampoo. Das riecht so gut. Da freue ich mich drüber. Das nehme ich dich definitiv raus. Ui, was haben wir denn hier? Oh, die sind aber hübsch. Schaut mal. Die sind aber hübsch. Wow. Sehr, sehr hübsch. Oh, lala. Die erinnern mich so an den Haarschmuck von der... Wie hieß nochmal die in Titanic Rose? Die hatte doch sowas auch, aber mit blau und mit so Schmetterlingen drauf, glaube ich. Aber erinnert mich total da dran. Jetzt weiß ich gar nicht, das sind ja zwei. Kann man, glaube ich, noch so ein bisschen biegen. Ich glaube, ich nehme eine nur, weil dann hat vielleicht noch mal eine eine Chance, noch eine zu nehmen. Ja, was war denn da? So einen hochgesteckten Dings hat. Ja, genau. Ich nehme mal eine raus. Dann hat ein anderer noch eine Chance, die andere zu nehmen. Sehr schön. Also das finde ich ja echt cool. Wie gesagt, wenn das nächste Mal, also das bei derjenigen wieder ankommt und das ist noch nicht weg, dann nehme ich die zweite auf. Aber jetzt wollte ich mal jedem die Gelegenheit lassen. Da haben wir von Revolution eine Palette. Aber die brauche ich nicht. Dann haben wir hier von Palmolive eine Limited Edition, ein Schauergehl. Secret View. Huch, Hilfe. Ist aber nicht so mein Duft. Aber sieht nice aus, ne? Hier mit dem schönen, ich muss das auch noch ein bisschen zukleben. Könnte nachher auslaufen. Dann haben wir hier Take Me To Brazil. Das ist hier von BH Cosmetics, die Palette. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe die. Sehr, sehr bunt. Also ich muss sagen, auf den ersten Blick erinnert die mich an so einen Wasserfarbkasten. Kann ich mir nicht helfen, oder? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, sind ja coole Farben und BH soll ja nicht so schlecht sein. Aber ist nicht mein Miettier. Aber eine schöne Palette. Sehr bunt, sehr schön. Genau. Sehr schön. So, dann packen wir das mal wieder rein. Aber mit der Maske ist echt schade. Aber wir können die nicht brauchen, ne? So, das muss ich auch noch kleben. Dann lassen wir das mal offen, weil das da noch wieder rein muss. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Taschen. Die ist ja auch schön, die Tasche, ne? Oh, wieso habe ich denn noch nichts von mir gefunden, was ich da reingetan habe. Looking like a Snack. Auch von BH, ne Palette. Oh, die ist aber schön. Die werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Aber die ist so schön. Die finde ich geil, die Farbe. Und die finde ich auch geil. Die auch. Ich glaube, ich würde die drei mischen, wenn nicht irgendwie. Was mal, so schwarz natürlich nicht viel. Also, die behalte ich definitiv. Sehr schön. Ist ja auch nicht markiert. Dann haben wir noch eine Palette von We Will Loves Me. Das ist die Oriental Flames. Ich kenne die auch noch gar nicht. Schöne neutrale Farben. Schimmer und, äh, also Schimmerfarben und matte Farben. Aber wie gesagt, solche Farben habe ich wirklich auch selber auf da. Die geht weiter. Sehr schöne Sachen drin. Dann haben wir hier Terracotta Blusher von Note. Terracotta Blusher. Da ist bestimmt lose, ne? Da kann ich gar nichts mit anfangen. Damit setze ich mein Badezimmer nur. Ne, doch nicht. Ist ja nicht schlecht eigentlich, ne? Swatche ich jetzt aber nicht. Sieht sehr nett aus, aber brauche ich nicht. Also, aber ich glaube, die Nicole wird sich darüber freuen. Das könnte in ihr Beuteschema passen. So, dann haben wir hier noch ein Lipstick von Essence. Ach, hier steht übrigens benutzt drauf. Aber ist der benutzt? Sieht gar nicht so aus. Aber wie gesagt, Lippenstift, no, no. Dann haben wir hier einen, ja, was ist das? Ein Eyeliner? was ist denn das? Ein Lip Liner? Ein Lip Liner, ne? Ja, muss ja. Sonst. Dann haben wir hier Nipp und Farb. Dragons Blut, ja, das kennt man auch. Ist auch so ein Serum. Drachenblut. Okay. Dann haben wir hier von L'Oreal, Stand Up, Color Rich. Auch ein Lippenstift. Oh, sehr schön, ne? L'Oreal hat ja tolle Farben, ne? Aber wie gesagt, auch nicht ein Lippenstift. Ich werde meine Lippenstifte jetzt alle abstoßen. Dann haben wir hier von Catrice einen neuen Lippenstift, Gloss Stick. Den kann ich jetzt nicht aufmachen, weil der ist noch zu. Den mache ich jetzt auch nicht auf. Ich kann ja diejenige gucken, die das eventuell favorisiert. Dann einmal ein Essie-Nagellack. Sehr schöne Farbe. Aber wie gesagt, Nagellack ist ja auch nicht so mein Metier. Dann haben wir hier noch eine Lippenpflege von Isana. Habe ich aber auch genug. Dann haben wir hier noch von L'Oreal, ein Glow Revival Moisturizer. Schöne kleine Packung, aber Moisturizer habe ich ja wirklich ganz viele. Ist auch noch zu. Dann lassen wir das auch zu und geben es weiter. Dann haben wir hier eine Lippenmaschee, aber die ist von mir. Das ist meine Markierung. Die kommt dann auch gleich wieder raus. Genau, das ist auch meins. Das ist ein Parfüm. Da habe ich mich gewundert, warum das keiner genommen hat. Eigentlich ein schöner Duft. Ist so ein Parfümöl. Ein sehr hochwertiger Duft. Wollte keiner haben. Ja gut, es ist ein spezieller Duft. Müsste man mal, packe ich da in ein anderes Wanderpaket. Wie gesagt, kommt aus Amerika. Soll ich mal googeln, das ist eine sehr teure Marke. Kommt auf Amerika, war glaube ich in der Boxy Charme oder in der Ipsy Box drin. Genau. Was haben wir denn hier? Ein Lipstick Shadow von Beauty Bay. Der sieht ja mal cool aus. Mit Lipstick Shadows habe ich ja noch nie gearbeitet. Da ist aber nicht mehr viel drin. Also man kann da richtig reingucken. Da ist noch so ein bisschen so bis hier ungefähr noch drin. Da sieht man auch, dass da der Rand ist. Schade, aber ich denke mal, der hat so ein bisschen die Tendenz zum Eintrocknen, habe ich das Gefühl. Aber nur das Gefühl. Ist das schon ziemlich so... Vielleicht kann man das ja irgendwie so ein bisschen flüssiger machen. Keine Ahnung. Ui, der sieht ja cool aus. Von Adalpine. No Butch Eyeshadow. Habe ich ja noch nie gesehen. Der ist ja mal cool. Der ist noch zu. Aber die Farbe sieht ganz nett aus. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Den nehme ich mir mal raus. Mein Gott, ich habe einen Frosch im Hals. Dann habe ich hier noch ein Lipstick von Revolution. Mal so niedlich mit dem Kussmund drauf. Farbe ist diese. Das ist ja so ein bisschen lila. Der hat schon so einen kleinen Tacken abgekriegt. Aber ist an sich neu. Der ist schon benutzt. Aber schöne Farbe. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe auf dem Wanderpaket vielleicht einmal einen Lippenstift rausgenommen. oder ein Lipgloss. Ich bin echt da nicht so für prädestiniert. Dann von Balea eine Augenpflegecreme Magic in the Air. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde diese kleinen Größen aus dem Balea-Kalender so süß. So für eine Krankenhaustasche oder für den Urlaub. Total niedlich. Wirklich sehr, sehr niedlich. Ich glaube, die behalte ich mal. Die packe ich mal in meine Urlaubs-Dingsbums-Tasche. Dann haben wir hier noch von Labello ein Lipplegestift. Dann haben wir hier noch von Elika Beauty ein Illuminator. Den habe ich aber selber. Schön. Dann haben wir hier von MAC noch ein Batten-Lipstick. Die Farbe Twig. Den brauche ich nicht. Und der ist auch von mir. Meine Markierung. Von Gerard Cosmetics. Ein Lipstick. Ui, der sieht aber ganz schön verschmiert aus. Oh, der riecht so lecker nach Vanille. Lecker, lecker. Da sieht man jetzt nichts. Ich mache das. Den kann ich ja das Wortschneiden. Das ist ja meiner. Der ist so ein bisschen nicht direkt Multichrome, aber so ein bisschen da sieht man nicht. Aber wie gesagt, der geht dann woanders weiter. Und dann packe ich die anderen Schönheiten mal wieder hier rein. Hier ist aber noch ordentlich Platz drin. weil ich werde ja die Sachen, die ich rausgenommen habe, die wir von mir waren, die zurückgekommen sind, auch wieder austauschen. Genau. Dann haben wir noch eine Tasche hier. Die ist leer. Von Cleven Appels. Die ist leer. Vielleicht packe ich da gleich auch noch was rein. Wenn ich schau mal. Dann haben wir hier noch eine Tasche. Ich glaube, die war auch von mir. Also die Tasche. Könnte man auch noch rausnehmen. Also wie gesagt, man kann auch Taschen tauschen. Die ist auch sogar noch neu. Und die ist so ein bisschen auf alt gemacht. Die ist von Essence. You are a natural beauty. Ich überlege, ob ich die nicht... Mein Gott. Entschuldigung, Leute. Ein... Mein Gott. Ein mega Frotsch im Hals. Ganz Froschmannschaft. Genau. Die werde ich nämlich jetzt leer machen und packe das in die andere Tasche rein. Weil da habe ich eine Idee, wem ich die schenken könnte. Ach, da sind lauter Bade-Dier. Eine Badekugel für jede von euch. Gruß Annika. Okay. Ja. Ihr Lieben, ich vertrag keine Badekugeln. Also ich würde meine Badekugel mit abgeben. Also wenn... Die nächste, Nicole oder wer möchte, kann meine mit haben. Er darf dann zwei nehmen. Genau. Oder dann gehört die Tasche doch der Annika. Ist das Annikas Tasche? Oder meine? Ich weiß es nicht. Aber ich würde die trotzdem gerne nehmen. Ich packe das mal dann um. Dann wird die eben auch getauscht. Also wie gesagt, der nächste, der die Badekugeln gerne haben möchte, kann meine mit haben. Also der nächste darf zwei nehmen. Ne? Ist da beschweigt. So, dann hat sie jetzt leer. Und die behalte ich dann auch. Noch ein Täschchen. Aber die ist auch von mir, meine ich, ne? Ich vergesse immer, wenn ich Taschen rein tue, die zu markieren. Oder ist die nicht von mir? Ich weiß es nicht. Ach, da waren auch Goodies drin. Genau. Aber von wem sind die? Da ist kein Titel dabei. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Goodies sind oder nicht. Also wenn ihr Goodies reinlegt, Titel dazu tun, bitte. Da ist eine Creme, da noch eine Creme und das sind hier so Creme-Masken. Dann lasse ich es mal, weil ich glaube, das sind keine Goodies. Aber ich packe auf jeden Fall gleich noch ein paar Goodies rein. Ich habe extra welche gekauft für euch. So, dann haben wir hier noch ein Böckschen. Ich glaube, wir haben sogar noch drei Boxen insgesamt. Weihnachtsmann. Wir haben übrigens jetzt, heute ist der 3. März. Also, wir gehen auf Ostern zu. Aber volle Kanne. Krass, ne? So, da haben wir einmal, also auch von mir, einmal eine Kiko-Palette. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die aussah. Vielleicht behalte ich die auch. Ja, ist ganz nett, aber die konnte wohl keiner gebrauchen, wahrscheinlich, weil das ein bisschen zu dicht aneinander liegt. Aber, mal gucken. Da werde ich bestimmt jemand anders für finden. Die nehme ich dann wieder zurück. So, dann haben wir hier von Mixer oder Mina oder Annimm oder Mina. Ach, von Primark. 330 Matt in Smooth Primer. Okay, von Primark habe ich ja noch nie gesehen. Aber Primer habe ich auch ohne Ende. Aber riecht ganz gut. Aber wie gesagt, brauche ich nicht. Aber eine nette, nette Sache. Dann haben wir hier ein Gua Sha und immer wieder noch dieses, ich habe jetzt hier auf dem Tisch lauter Lidschatten, Reste liegen von dem einen hier. Ich glaube, ich schütte, ne, vielleicht kann die Koller wieder pressen. Ich versuche, so gut wie möglich, ne. Ein Gua Sha, der geht weiter. Dann haben wir hier Augenbrauenfarbe von Zyos. Ich weiß, dass meine Freundin Gundi gerne Augenbrauen und Wimpern färbt. Man kann ja auch die Wimpern damit färben. Ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, auf den Augenbrauen trägt man es auch. Aber mit den Wimpern macht man es so. Man nimmt so ein rundes Wattepad, schneidet das einmal durch, legt sich das dann unter die Wimpern, also zwischen die Wimpern, ne, macht die Augen zu. Muss natürlich einer für jemanden auftragen. Und dann wird die Farbe da so draufgetragen. Bleibt dann fünf Minuten drauf, zehn Minuten und dann kann man es wieder abnehmen. Genau. Dann nehme ich das raus, dann kann ich nächstes Mal der Gundi die Wimpern färben und ich kann mir die auch färben. Genau. Das nehme ich definitiv aus. Wunderbar. Sind die OPs auch von mir gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe mal Tampons reingetragen, weil ich die ja nicht mehr brauche. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt von mir waren. Keine Ahnung. Ich lasse sie mal drin. Keine Ahnung. Dann haben wir einen Moodstick. Das ist auch so ein Lippenstick, der glaube ich die Farbe wechselt. Ich glaube, den kennen wir alle. Dann haben wir hier von Sephora von Sephora Aha, das ist so ein Reinigungswasser mit Zellendingsbums. Aber brauche ich nicht. Ein bisschen schwarz, aber ist wahrscheinlich hier ein bisschen mit Zellendingsbums. Ich überlege gerade, was Charcoal nochmal heißt. Auf jeden Fall mit Zellendingsbums. Dann haben wir hier von Clinique eine Creme. Ich dachte, er hat sich auch eine reingetan. Aber das ist die nicht. Nö, das ist nicht meine. Aber genau die gleiche habe ich selber. Und zwar ist das die 100 Stunden Auto Replenishing Hydrator. Also Feuchtigkeit. Genau. Brauche ich nicht. Aber es ist ein sehr gutes Produkt. Dann haben wir hier noch von Catherine ein Nagellack. Noch ein Nagellack von Maybelline. Dann haben wir hier noch von Kiko ein Eyeliner Greenby. Eyeliner Greenby. Den muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Greenby. Ach, wahrscheinlich wenn man so rote Augen hat oder wie? Verstehe ich nicht, weil grün hebt ja rot auf. Der ist nicht rot. Der ist nicht. Der müsste schwarz sein. Oder braun. Nee, der ist schwarz. Ich habe mich jetzt total an diesen grünen gestoßen. Also das ist ein schwarzer Eyeliner. Aber Eyeliner habe ich auch wirklich mehr als genug. Dann haben wir hier von Suva oder von Suvia Opaques Cosmetic Paint. Alles so neue Sachen. Das liebe ich total. Wenn ich mal wieder was Neues kennenlerne. nicht nicht unser 175. Boxenteil Cosmetic Paint. Jetzt müsste man nur wissen hier steht drauf Raga Muffin Red. Aber wo schmiere ich das hin? Cosmetic Paint. Aber wofür brauche ich eine rote Farbe? Water Resistant Ist das für Karneval oder so? Bin gerade überfordert was ich damit mache. Water Resistant Long Lasting Explore your Make Up I feel with the Big Selection Intense All Mist Color To Face Your Body Okay vielleicht um irgendwie was ganz besonderes zu schminken Karneval oder so Ich habe keine Ahnung Die habe ich auch zweimal Die muss ich mal ausprobieren Weil Verena hat damals gesagt sie hat darauf reagiert Ich muss mal gucken ob ich die vertrage Aber eigentlich bin ich ja nicht so empfindlich So dann ist die Box auch fertig Hoppala Sehr schwere Boxen Swan Lake So eine schöne Box Das ist die Pink Box Sehr schön mit dem Schwan und der Frau Die habe ich noch gar nicht gesehen Sehr schön So da kommt mir was bekannt vor Aber ich glaube das hat doch jemand anders gehabt Ach so das waren diese Pontus diese cream eyeshadow ist aber glaube ich nur noch einer drin weil das war jetzt hier so offen da waren drei stück drin und ich guck mal welche Farbe das ist aber ich habe es selber abgegeben dieses turkis brauche ich aber nicht da kommt auch wieder von Nabla mein Body Glow schade auch ein sehr hochpreisiges Produkt aber kann man ja nicht raucht man vielleicht nicht das ist ein Body Glow habe ich jetzt wie gesagt noch nicht benutzt aber kann man so wenn man im Sommer wenn man raus geht irgendwie so auf den Körper machen ja keine Ahnung muss ich mal irgendwie weiter weitergeben rauchte keiner so Judith Williams ist auch zurückgekommen hoppla das war auch von mir Judith Williams kam jetzt zurück ja schade aber habe ich das nicht jemandem geschenkt oder ist jetzt auch nicht markiert vielleicht ist das doch nicht von mir gewesen ich glaube ich habe das bei irgendjemandem in ein tausch paket getan und das kam dann zurück ja gut ich habe es ja abgegeben jetzt wieder behalten ist auch doof ich habe so viel parfüm tut mir echt leid aber das ist hier alles ziemlich kaputt ich versuche das mal gleich ein bisschen zu kleben also ich bin mir gerade unsicher ob ich es jetzt wirklich jemandem geschenkt habe und das hat es reingetan was ja überhaupt kein problem ist oder ob ich es selber reingetan habe dann müsstet ihr mir voll noch mal was zu sagen in ihrem nächsten video genau aber ich tue es auf jeden Fall wieder rein und dann haben hier von Neutrogena ein Hydraboost auch eine Creme Intensivpflege brauche ich aber nicht dann haben wir hier von Catrice ein Love Skin Respect Earth Primer brauche ich auch nicht dann haben wir von Banana Beauty ein Eyeliner in gelb oder ist das nur so ne ist kein gelb oder doch nein ist kein Eyeliner in gelb das müsste schwarz sein oh der mal schlecht von der spitze ne ist nicht so eine ganz feine spitze ich glaube den probiere ich mal aus ich probiere mal hier auf die hand ich probiere mal ob ich da besser mit klarkomme als mit diesen ganz normalen kleinen spitzen ich probiere das mal aus vielleicht genau und hier haben wir noch einen Lip liner der hat jetzt eine schwarze peel me lip liner ja lip liner brauche ich da generell nicht weil ich auch kein lippenstipp nehme genau dann haben wir hier ein universal volumizing mascara von wear beauty ja auch eine ganz kleine aber ich habe genug mascaven wear beauty ist glaube ich auch eine englische firma die ist nicht schlecht lila masca kennen wir auch alle dann haben wir hier nochmal so ein eyeliner von duché ich glaube der hat die farbe hier so ein dunkles lila dann von michelin peach ein face öl das brauche ich auch nicht dann haben wir hier von got to be auch lipliner muss ich auch nicht lotty london ein eyeshadow vom goldton dann von douglas eine mascara dann ein duftöl von tauasis ich habe keine ich habe zwar eine duftlampe aber nicht so eine ich könnte das auch da drauf machen aber ich brauche immer wachse und hier habe ich eine hydraline oder hydraline leger moisture cream aber habe ich auch wirklich genug also ganz viele neue marken das finde ich ja richtig richtig spannend was piept jetzt hier bei mir pieps hier pieps die letzte oder so noch was gequetscht das war auch meine ja das war nicht meine oder nee doch nicht meine da gehört jemand anders die ist von jemand anders die packe ich dann gleich wieder rein ja da war ein bisschen gelitten ist so vom fahrer eine ganz dicke bürste also nicht schlecht packe ich nachher wieder an die seite genau und die letzte box schade so ein schönes paket juda das kommt mir da auch bekannt vor aber ist nicht von mir man hat ja viele haben ja alle das gleiche ne so ich aber selber dann haben wir hier von klinik nochmal so ein moisturizing cream die gleiche müsste glaube ich da drin sein eingebackt noch dann haben wir hier von caviar plus kollagen handcreme antipigment flecken bis jetzt habe ich vielleicht ging wie eine mutter oder so dann haben wir hier ein enzym peeling von dr barboa brauche ich aber auch nicht dann habe ich hier von nux ein body öl haselnuss da muss ich mal dran schnuppern gehe ich da mal nicht nach haselnuss man erwartet immer irgendwas ne dann haben wir hier ein body öl i want you naked auch wieder mit gold aber ganz im ernst also ich ziehe nicht mehr so was knappes an dass man viel haut sehen würde bei mir ist ja echt eine coole sache vor allen soll das nach kokosnuss riechen da muss ich riechen jetzt das soll nach kokosnuss riechen ich rieche nix keine ahnung aber eine schöne sache wenn man im sommer so wenn man so knappe kleidchen trägt aber nicht nee nicht wirklich hier habe ich noch was von mir eine mascara von manhattan die kommt dann wieder nach hause dann haben wir dr susanne von schmiedeberg eine anti aging cream brauche ich auch nicht und hier haben wir von baldini ein körperöl für schönheitspflege und massage das kommt mir auch bekannt vor dann haben wir noch mal von baldini ein raumspur viel mehr mit seekiefer und palmarosa dann sprühen ok da sprühen wir noch mal dann sprühen wir noch mal dann sprühen wir noch mal dann sprühen wir noch mal was anderes ne ich meine es ist ja natürlich nicht zum sprühen für auf die haut das wird ja in die luft gesprüht gesprüht für die toilette vielleicht ich überlege mir das noch ja aber wirklich sehr dominant also da lässt sich alles weg weg duften color correcting hoffe ich aber auch nicht was haben wir denn hier von lakritzi athena eine eye shadow collection lakritzi ui das sieht aber schön aus aber wie gesagt das habe ich auch 5000 mal geht weiter da hat jemand anders bestimmt noch mehr spaß dran ähm genau dann habe ich hier von eucerin dermatoklin valuron brauche ich aber auch nicht brauche ich aber auch nicht und jetzt muss ich lachen dr grandel ich habe eine bekannte die kenne ich schon jahre jahre lang mit der habe ich jetzt vor kurzem mal wieder gesprochen weil unsere beiden mädchen die mädchen heißt auch so genauso wie meine tochter die fahren im sommer zusammen in urlaub und die arbeitet bei dr grandel im außendienst cool ich glaube da müsste ich mal das rausholen und müsste ich mal testen damit ich mal sagen kann ich habe das und das von euch probiert das ist ja cool oder nicht cool vielleicht erbe ich ja mal was von ihr nein glaube ich nicht muss ja auch nicht sein um gottes willen aber ich glaube das probiere ich dann einfach mal aus habe ich nicht was von dr grandel weiß ich jetzt gar nicht aber ich probiere es dann mal aus einfach mal um ein bisschen mitreden zu können ach genau dann haben wir hier wieder dieses das ist hier dieses rinitius öl für wimpernwachstum und so weiter brauche ich aber nicht so ordinary brauche ich auch nicht dann haben wir noch von eustarin einmal ein shampo körperberuhigendes shampo brauche ich auch nicht und wir haben von deutscher und garbana mein parfüm aber das brauche ich auch nicht und das allerletzte hier wahrscheinlich aber sehr sehr schön wahrscheinlich das schönste hier eine ganz tolle palette von revolution die gefällt mir ja nur schon von der optik sehr gut problem ist nur ich habe nicht so viel zu tauschen dafür ach so muss man erstmal rausholen genau das ist ja wunderschön und nein auch noch so schöne farben oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott weil die ist ja echt sehr edel. Ich muss mal gucken, weil das muss man ja auch zurücktauschen. Es ist zwar nur Revolution, aber schon eine sehr hochwertige von Revolution. Ja genau, da muss ich mal gucken, was die wert ist und dass ich so ungefähr gleiche Palette da auch habe. Also vielleicht. So, das war dann das allerletzte, also nicht das allerletzte, sondern, ihr wisst schon. Ich versuche mal, ob ich die Bürste hier rein bekomme, weil die wird da drin total verquetscht. Ich guck mal, dass ich das ein bisschen umpacke, weil da war ja eine sehr leer. Das kriegen wir bestimmt hin. Und das kommt dann woanders rein. Genau. Also ihr Lieben, ich zeige euch jetzt noch mal, was ich nehme, aber unter Vorbehalt. Letztendlich wird die Nicole dann sehen, was ich nehme. Genau, also. Also ein wunder, 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 wundervolles Paket. Auf jeden Fall. Gefällt mir super gut. Da haben wir einmal das Halfway von Balea. Ja, das nehme ich definitiv. Achso, muss ich ja noch fotografieren, genau. Dann tue ich das mal an die Seite. Dann nehme ich von Pixi hier das Glow Mist. Dann die Augenbrauenfarbe. Dann von Elf diesen Stift, den will ich mal ausprobieren, wie man damit klarkommt. Der ist jetzt noch komplett zu. Dann von Dr. Grandel die tollen Kapseln. Dann von Banana Beauty der Eyeliner. Dann diese super coole Haarbrosche. Ach nee, Judith Williams wollte ich ja nicht. Das kommt auf jeden Fall wieder rein. Das ist nicht meins. Bei dem Parfüm weiß ich echt nicht. Nee, das kommt wieder rein. Das will ich nicht. Und ja, wie gesagt, eine kleine Augenpflege. Und dann diese coole, oder dann lasse ich die Palette dann hier da drin. Ja, dann packe ich die Palette wieder rein. Obwohl die ja echt cool ist, ne? Aber ich habe jetzt die eine Palette. Dann nehme ich die und packe die wieder rein, ne? Also wisst ihr Bescheid. Gut. Ja, ihr Lieben, das war dieses wundervolle Paket. Ich gehe jetzt büllen, was ich dann in dieses tolle Paket reinpacke. Und ich packe natürlich Goodies rein. Ich muss mit Nicole noch sprechen, was jetzt da mit dieser Goodie-Dingsbums da auf sich hat. Und genau. Der Rest geht dann weiter. Der geht wieder nach Hause zur Mama, das Paket, zu der lieben Nicole. Und ich denke mal, die wird dann auch hoffentlich wieder auf die Reise schicken. Und ich freue mich schon, wenn das Paket wieder bei mir ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bleibt gesund und munter. Wir hören und sehen uns. Und...